Heute beantworte ich mir eine Frage, die ich mir schon länger gestellt habe. Wenn ich im Schlafanzug in den Pool gehe, komme ich dann leichter in den Pool rein oder macht das keinen Unterschied? Heute werde ich es rausfinden. Ja, man kommt definitiv leichter in den Pool rein, aber dennoch ist es arschkalt.